Liebesrausch Telefonsex mit nassen Folgen Mirja muss beruflich im Hotel übernachten. Sie freut sich auf das Gute-Nacht-Telefonat mit ihrem neuen Freund, das mit dem Sekt aus der Minibar in heißem Telefonsex endet. Inmittendessen ignoriert sie ihre volle Blase bewusst, was sich nach der Entspannung des Einschlafens bitter recht. Unbemerkt beginnt es warm zu laufen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage